Wir haben noch fünf, sechs Minuten und dann machen wir natürlich ein Video. Das ist die Nationalin aller Countryfans, von einem Mann, der leider auf jeden Fall eine Idee kam, sich ein Flugzeug zu bauen und anschließend über den Pazifik zu stürzen. Ich habe auch ein halbes Jahr Feuer, das war einfach vor 97, ein halbes Jahr Feuer.